Und hier ist sie, die Gewinnerin Monika Frey. Direkt an der Aare wohnt die 54-Jährige zusammen mit ihren zwei Kindern. Ich habe über das Radio von diesem Umstyling-Wettbewerb erfahren und da ich mir schon lange einen neuen Esszimmer-Test wünsche, habe ich gefunden, da mache ich jetzt mit. Und tatsächlich, es ist passiert, ich habe gewonnen und ich freue mich wahnsinnig. Und die jetzige Einrichtung ist halt schon älter, sie ist verbraucht und es sind schon über 20 Jahre da. Ich denke, jetzt ist es Zeit für neue Möbel und ich wünsche mir einen frischen Wind. Und der frische Wind steht schon vor der Tür. Das Umstyling-Ziemen vom Möbel-Aubacher mit vollem Datendrang. So Monika, wir haben ja alles besprochen, wir kennen deine Wünsche und jetzt bitte dich um deinen Schlüssel und wir wünschen dir einen wunderschönen Tag. Tschüss! Schönen Tag! Tschüss! Eigentlich wollten wir nur den Essbereich umstylen, aber durch den Essbereich und den Wohnbereich aneinander liegen, haben wir uns gedacht, dass wir gerade alle beide Räume umstylen. Und die jetzige Einrichtung ist sehr kühl und wir wollen mit einem schönen, warmen Farbkonzept neu einrichten und sogar einen Farbtupf versetzen an manche Wind. Zum neu einrichten braucht es zuerst einmal Möbel und Accessoire. Die hat das Umstyling-Team schon vorab für Möbel-Aubacher bestellt, die alles bequem heiliefert. Es wird ausgeräumt, ausgemalt und der neue Teppich ausgerollt. Bei so einem kalten Steinboden ist es schön, wenn man einen Teppich farblich abgestimmt zum Tisch und Stühl darunter legt. Das lässt doch wirklich noch mehr ein, gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen. Heute habe ich einen Ast mitgebracht, den Ast werde ich jetzt an den Decken montieren und mit verschiedenen dekorierten Einmachgläsern behänge ich den Ast. Wenn man vorhat, ein Bild mit der Wandfarbe abzustimmen, so muss man darauf schauen, dass man die hellste Farbe vom Bild an die Wand nimmt und so kommt das Bild am besten und am optimalsten zu gelten. So ein Dekolleiter kann man für ganz verschiedene Dekorationen benutzen. Ich hänge sie heute an die Wand und mache einen Bilderrahmen draus. Und so einfach hat man einen persönlich gestalteten Blickfang. Die Wohnspezialistin sorgt mit Accessoire für die perfekte Wohlfülloase. Der grosse Moment ist da. Die Monika und ihre Tochter dürfen ihr das umgestellte Zuhause zum ersten Mal sehen. Dann fangen wir jetzt gerade an und ich verbände dir die Augen. Okay. So, das ist eure neue Wohnung. Das ist Wahnsinn. Das ist böse. Ich glaube, es ist böse. Unglaublich alles, was ich noch nicht glaube. Die Augen binden weg und dann wow. Also wahnsinnig. Unglaublich. Megaschön, oder? Essen am neuen Tisch. Und auf das freue ich mich wahnsinnig. Monika und ihre Kinder können jetzt da gemütlich zusammensetzen, Fernsehen schauen. Sie haben einen einladenden Wohlfühl- und Essbereich und ich glaube, sie kann da wirklich neu durchstarten. Vielen Dank. Vielen, vielen. Zum Wohlen. Alle Informationen zu diesem Umstyling gibt es auf lifestyle-tv.ch